Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Wir kümmern uns jetzt mal um die Durchflusstabelle oder wie eine PFPM 101000. Ich erkläre es in einem anderen Video, auch am Ende verlinke ich das mal, was eine PFPM 101000 ist. Wenn wir einen Test machen, ob die Förderleistung noch stimmt, ob die Wassernahmestellen noch stimmen. Es gibt ja Unterfüllranden und besonders Löschbrunnen, die wir hin und wieder testen müssen, ob die noch die Wassermenge liefern, die wir brauchen. Dafür gibt es an der Pumpe bei uns einen Zettel. Diesen Zettel beschreibe ich in einem Theorie-Video. Ich binde euch das auch am Ende nochmal ein, wie das genau zu handhaben ist. Aber nochmal zur Erinnerung. Ich habe hier, das war dieser Zettel. Und ich habe hier verschiedene farblich markierte gelb und grünes C-Strahlrohr. Und dieses schöne rosa ist ein B-Mehrzweck-Strahlrohr. Und ohne Mundstück, so wie ich es jetzt angebaut habe, ist diese Spalte. Und ich möchte jetzt die 1000 Liter fahren. Dafür brauche ich bei dem B-Mehrzweck-Strahlrohr ohne Mundstück. Da brauche ich genau 10 Liter, äh, 10 Bar Druck, 10 Bar Druck. Bei 22 Jahren Mundstücköffnung bekomme ich genau auf 1000 Liter Durchfluss. Das kann ich sozusagen so ermitteln, ob das passt. Das heißt, ich habe hier den Mehrzweck-Strahlrohr angebaut, ohne Mundstück. Drehe jetzt hier den Ausgang auch schon mal voll auf. Und ich würde jetzt anhand der Armaturen gleich beschleunigen, Gas geben, bis ich einen Ausgangsdruck von 10 Beinen bekomme. Wenn ich das schaffe, ist für mich die Pumpe in Ordnung und die Wassernahmestelle auch. Dass der Unterfüll dran nicht die 1000 Liter schafft, ist eher unwahrscheinlich. Es sei denn, wir haben jetzt ein Schadensereignis und mehrere Unterfüll dran werden auf derselben Leitung Wasser abgreifen. Dann kann das schon mal passieren. So. So, die Wasserversorgung ist jetzt aufgebaut. Wir gehen hier vom Standrohr jetzt gerade, ganz normal mit einem 80er Standrohr, gehen wir jetzt von einer 100er Hauptleitung aus. Wir haben ungefähr einen Eingangsdruck von 5 Bar, das ist ja ordentlich. Das heißt, hier kommt schon 5 Bar an. Wir drücken schon von innen 5 Bar aus dem Schlauch raus. Das heißt, ich werde jetzt die Pumpe anmachen und gleich mal testen, wie viel Wasser wir hier rausbekommen. Okay? Natürlich macht ihr das zu Hause nur mit Schutzausrüstung, Helm, Visier von mir aus runter und natürlich mit Schutzanschuhen. Okay? Ich mache das jetzt nur so für euch, damit ihr besser seht, was ich genau mache. Nicht, dass es irgendwie so ein bisschen untergeht. Okay? Wisst ihr Bescheid. Los geht's. So, ich öffne jetzt das Netzwerkstrahlrohr. Läuft. Und jetzt mache ich die Pumpe an. Erstmal Kupplung treten, sozusagen. Starten. Einkuppeln. Und werde jetzt auf 10 Bar erhöhen. Klassen. Und jetzt machen wir die Pumpe an. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's schon. Test bestanden. Ich könnte jetzt gucken, wie viel der Unterfüll daran hergibt, wenn ich jetzt die volle Leistung gebe. Aber das mache ich ungern sehr mit ohne Schutzausrüstung, weil man in Grenzbereichen arbeitet. Das möchte ich so nicht. Aber man könnte jetzt gucken, bei was für einem Druck jetzt was nachgehen würde. Ob die Pumpe es nicht mehr schafft oder der Druckschlauch Druck verliert, dann würde es bedeuten, dass er zu wenig Wasser bekommt. Aber diese 10 Bar, also das Sprich in Verbindung mit diesem Herzbergschallrohr, 1000 Liter pro Minute soll er schaffen. PFPN 10.1000, 10 Bar, 1000 Liter pro Minute. So wollen wir es haben. Super. Alles klar. Vielen Dank. Das war's schon. Und gefällt mir, abonnieren den Channel. Traumhaft sage ich euch. Bis dahin. Macht's gut. Euer Feuerwehr Willi. Bis dann. Danke. Danke.